Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Foundation in unserem Königreich New Haven. Mein Name ist Ted. Ich begrüße euch ganz ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das freut mich wieder und wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen, tja, Abo da lassen, Glocke aktivieren, gerne gerne kommentieren und natürlich liken, was das Zeug hält. Ist ja logisch. So meine Freunde, beim letzten Mal haben wir uns unter anderem mit dem Thema der Fassbinderei hier beschäftigt. Der hat schon 50 voll gebaut, ist ja Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob wir die verkaufen können. Warte mal, hat wer Interesse an den Fässern? Mega natürlich schön. Ja! Können wir natürlich schön verkaufen jetzt. Äh, Verkauf unsere Fässer. Ganz ehrlich. Weg damit. Brauchen wir momentan noch nicht. Die brauchen wir erst dann, wenn es ans Thema, ähm, Ähm, Wein geht. Mutan brauchen wir es nicht. Wir haben acht Arbeitslose. Und ich spare eigentlich darauf, das nächste Gebiet jetzt hier mal anzuholen, damit das wenigstens vorangeht. Gleichzeitig bauen wir auch hier unseren Turm hier hoch. Unseren Wehrturm, der mittlerweile auch vorangeht. Das ist soweit okay. Beförderung verfügbar? Ja, fünf Tage. Ohne Moos nichts los. Ich muss unbedingt gucken, wo die nächsten Ressourcen sind, weil sonst kommen wir in Teufels Küche. Hier ist so viel Platz noch. Hier kann man so richtig schön noch Felder bauen. Richtig vollknüppeln. Oh, hier ist alles voll mit Holz. Na, mach mal die Dinger hier leer. Wie weit bist du denn hier? Abbau. Kann immer noch. Aber wenn natürlich alles voll ist, ist es natürlich schlecht, ne? Vier Bürger. Befördern oder nicht? Das ist die Frage. Ach, komm. Wir befördern jetzt nochmal fünf Bürger. Zehn brauchen wir insgesamt. Wir investieren jetzt einfach mal ein bisschen. Wurscht. Ist wurscht. Wir verkaufen, was geht. Hat immer noch seine Fässer voll. Was ist mit dir hier? Stein, Kohle, Eisen. Auch der Stein? Hat der hier Steinblöcke? Der hat hier auch Stein. Dann können wir doch eigentlich hier Fässer reinpacken, oder? Fässer. Genau. Machen wir da Fässer rein. So, Beförderung verdient. Einen konnten wir befördern. Ist nicht der Burner. Upsala. Aber was willst du machen? Also Käse stabilisiert sich ganz gut. Ist in Ordnung. Ist stabil. Beeren hat sich auch mittlerweile wieder gefangen. Und der Rest ist in Ordnung. Aber wie gesagt, da geht noch was. Ist alles nur eine Frage der Kohle gerade. Und das ist gerade so ein bisschen schwierig. Hier soll auf jeden Fall noch was hin gleich. Felder. Damit wir hier noch für eine bessere Versorgung arbeiten können. Damit hier noch was geht. Obwohl, Brot ist voll. Käse ist schlecht. Käse muss hier noch besser werden. Gerade kann ich leider nicht viel machen. Obwohl, wir könnten... Nichts sind hier die Attraktivität. Ich glaube, die ist ganz furchtbar, ne? Ja, geht. Wohnraum wäre auch da. 200 haben wir jetzt. 300. 1.000. Yo, 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 yo. Das ist doch mal gut. Ho, 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 ho. Territorium. Wir kaufen uns das nächste Territorium. Sehr geil. So, jetzt... Holen wir uns das noch dazu. Weil ich die Beeren noch haben will. Und jetzt muss doch eigentlich... Komm, mach mal. Hier mal was passieren, ey. Du musst das doch jetzt erforschen können. So, jetzt machen wir folgendes. Jetzt holen wir uns die Beeren da oben noch. Das gab... Also, das waren mit Sicherheit die Fässer. Dann wette ich mal ein Popo drauf. So, machen wir mal ringsrum hier. So, das passt. Dann gibt es hier auch noch auf jeden Fall nochmal ein Brünnchen. Hier so. Sehr gut. Der wird auch gebaut. Ähm, hier oben. Halt. Ich hoffe, der ist hier bald fertig. Äh, Abbau. Da geht noch was. Da muss er noch ganz schön schuften. Das waren mit Sicherheit die Fässer. Und er produziert nach. Das ist gut. Produzier die Fässer nach. Wie besser wird das Leerking das... Das... Endlich mal die ganzen Rohstoffe zu Money machen. So soll es ja auch sein, ne? So muss das sein, Leute. Und ich hoffe, ich kann das denn hier endlich mal erforschen, dass wir hier vorankommen. Ich würde ja gerne. Aber man lässt mich nicht. Man lässt mich nicht. Kann man auch noch komplette Dings aufziehen. Fühle ich auch hier oben. Weiter Weg jetzt, aber ist egal. So viel Fläche jetzt. Jetzt können wir hier auch noch... Wir könnten hier oben dann das Kloster hinbauen oder was. Weiß ich nicht was. Oder noch mehr Nahrung sorgen. Und so weiter und so fort. Der Mönch will schon wieder was von uns. Wetter, Steinwerk. Haben wir jetzt hier reingepackt? Fass. Elf Fässer. Ah, die Fässer haben es richtig rausgeknüppelt. Die waren richtig böse. Sammlerhütte gebaut. Perfekt. Wir haben ja gerade ein paar Arbeitslose noch. Abbau. Na, warte. Abbau. Sehr gut. Das läuft. Kinders, das läuft. Sammlerhütte gebaut. Perfekt. Wir haben immer noch Arbeitslose. Noch mehr Bären. So, und jetzt muss ich wieder die Einwanderung aktivieren. Sehr gut. Und dann geht hier die Party ab. 1A. So, dann sollte das hier auf jeden Fall voller werden. So. Oh, ein Mönch bittet mal wieder um eine Audienz. Was möchte sie denn schon wieder von uns? Schon wieder Werkzeuge. Ah, nur noch 22. Jetzt auch ein bisschen knapp langsam. Und dafür sorgen. Also hier wird jetzt fleißig gesammelt. Das ist hier der Kreis der Sammler sozusagen. Der Sammelkreis. So, da können sie arbeiten. Ist in Ordnung. Vielleicht können wir da auf dem Weg. Ja, Platz ist ja noch genug hier im Wohngebiet. Bitte euch. Da können sie eigentlich Feuer frei machen. So. Warte nur auf den nächsten Verkauf der Fässer. Und dann müsste es doch eigentlich gehen hier. Der rodet hier auch die ganze Fläche frei. Das ist auch in Ordnung. Ihr baut da wieder an. Das ist auch okay. Wart bist du denn hier? Wir machen erst mal weg hier. Das machen wir erst mal nicht. Sonst rede ich erst mal nur darum. Ah, mit dem Rest kommen wir ja nicht ran, ne? Das ist ja gerade so problematisch. Ich muss noch fünf Bürger. Vier Bewohner. Noch einer. Noch einer. Dann haben wir noch Platz für drei. Drei brauchen wir noch beim nächsten Mal. Was ist mit dem Turm? Dann geht es auch gerade nicht so richtig weiter. Bis auf Werkzeug ist alles da. Werkzeug ist gerade ein Problem, ne? Neun Werkzeuge, ja. Und mal eine Schmiede hier. Eisenschmelze. Eisenblöcke ist gerade das Problem. Steinblöcke. Stein, Kohle, Eisen, Erz. Eisen. Na, ist nicht viel. 400 auf dem Konto. Schatzkammer, Schatzkammer, Vogtbüro. Na, komm. Bau doch mal weiter. Alter, diese Hopfenfelder sehen so geil aus. Bis da mal. 600 auf dem Konto. Geil, oh. Das reicht für drei Beförderungen. Wäre schon mal nicht schlecht. So, mach hier fertig. Wir brauchen nämlich Marmor. Wir brauchen Glas. Wir brauchen noch Eisen. Kohle Bergwerk wäre auch ganz geil. Gold wäre natürlich auch toll. Könnten wir Schmuck herstellen. Aber das sind alles noch so Sachen. Weit weg. Was ist mit dir los? Warum gehst du hier nicht weiter? Wieder Beförderung. Sehr gut. Stopp. Ich muss. Ich muss. Ich muss. Ich muss. Ich brauche noch. Jetzt haben wir 300 Bevölkerung. Sechs Bürger. Ich brauche noch vier Bürger. Perfekt. Komm, genau richtig. Jetzt können wir es wieder stoppen. Wir machen uns wieder einen. Fertig. Bergarbeiter. Ich kann auch nur einen einzelnen Erz abbauen. Das ist jetzt ein Mäuse merken. Ich brauche noch. Komm mal. Ich brauche noch drei Leute. Drei Leute brauche ich noch. Dann kann ich die nächsten Sachen bauen. die uns wieder weiter nach vorne pushen. 712 Fisch. Alter, was ist los mit euch? Ist ja Bombe. Das ist ja richtig gut diesmal. Weizen, Bier, hier kommt auch was an. Das ist sehr gut. Fisch. Ja, das ist. Jetzt läuft die Versorgung hier aber. Was? Jetzt läuft es richtig gut. So, komm. Noch mal ein bisschen, bisschen Power jetzt. Hier muss eigentlich auch noch eine Taverne hin. Ja, muss auch noch eine Taverne hin. Weiberei, Schneiderei, Schäferei. Ne, das brauchen wir nicht. Das ist in Ordnung. Weizenfarm, Käserei, Hopfenfarm, Milchhof, Bäckerei. Forsthaus. Wo bist du denn jetzt? Logistik? Genau, Logistik. Taverne. Wir bauen hier noch eine Taverne hin. Steinhalle, Steinerweiterung, Rustikales Hauptgebäude. Ach, das haben wir gar nicht gebaut, ne? Glaube ich, das haben wir gar nicht gebaut beim letzten Mal. Ja, dann bauen wir es da hin. So, ich hätte gerne hier so eine Art Eckverbindung. Vielleicht können wir ihn dann da ranpacken. Oder wir bauen hier so einen Balkon ran. Passt das? Ja, mehr oder weniger. Passt das da dran? Ja, Rasse. Kann man noch hier ran bauen. Brücke brauchen wir nicht. Ein Oberlicht auf jeden Fall. Am besten zwei davon. Wie gesagt, bauen wir hier auf jeden Fall auch noch eine. Steinerweiterung A. Steinhalle. Ja, warum nicht? Bauen wir da noch so dran. Und dann den so. Und den Kamin. Kommt so ran. Und das Teil. Bauen wir so hin. So, warte. Tür. Kommt da noch mit ran. Hier ist ja die Haupttür. Dann kommt hier nämlich so ein Haken dran. So einer. So weit weg, okay. So, Wehrturm ist abgeschlossen. Das ist Blödsinn. Können wir den da ran packen? Kann ich nicht ran packen. Okay, komm mal. Da geht doch was. So, da geht doch mal was. So, und da geht auch was. Äh, Betten und... Fassschild. So, genau so soll das sein. Die Küche muss noch ran. Kommt hier hinten noch mit ran. Küche. Nochmal mit der Terrasse. Äh, das geht nicht. Geht auch nicht. Stallungen könnten wir hier noch ran basteln, irgendwie. Ist halt ein bisschen doof, dass das hier auf so einer Ecke ist. Mal ganz kurz gedreht. Aber neben den Kamin, warum nicht? Brauchen wir da die Stallungen dran? Viehzaun. Oh, der hekt unter dem Teil da. Schuppen noch. Das passt. Küche haben wir. Oberlicht haben wir. Brücke haben wir nicht. Das machen wir auch nicht. Den Rest müssen wir dann sehen. Okay, könnte man... Neben der Küche könnte man auch das noch ran basteln. Obwohl, nee, das geht nicht. Das sieht doof aus. Das sieht nach nichts aus. Nee. Das lassen wir weg. Nee, das passt so. Kost 400. Ist in Ordnung. Wollen wir mit leben. So. Da kommt dann das nächste hin. Aber wie das dann weitergeht, liebe Leute, das seht ihr im nächsten spannenden Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall so lange fürs Zusehen. Und hinterlasst gerne ein Däumchen nach oben. Und ja, bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von Edgaming.tv. Bye, bye. 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 Amen. 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 Amen.